hallo youtube herzlich willkommen zu einem weiteren part von days gone die suche noch etwas scheint hier irgendwo offen so komme ich da nicht hin geht das nicht muss man was mit story mäßig zerstöre die nächste jetzt wird es kommt zurück und tag hat sollen wieso Auf der Suche noch etwas. Ja gut, ich bin auch auf der Suche. Moment. Dann rollen wir doch erstmal den Berg runter. Moment, ich habe mir da die Markierung weg, oder? Komplett haben wir nichts mehr gehört, oder? Jetzt fängt es an zu rücken. Also wir verfolgen jetzt die Story erstmal. Irgendwas ist hier. Ein Fragezeichen war hier. Ich habe es doch genau gesehen. Aber hier ist nichts. Dann runter zu unserem Bike. Und weiter geht die Fahrt. Jetzt ist es hier beim Zeichen. Hm. Okay. Sieht doch noch so ein überfälliger aus, oder? Lass mich genau umschauen. Ja, machen wir ja. 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 Da. Ja. 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 Ein Haufen Mörder und Vagabunden. Die schießen ohne Fragen zu stellen. Warte mal was. Okay. Müssen wir das jetzt machen? Wir kommen nicht schon mal. Wir kommen nicht schon mal. Nur ohne Toto. Da ist jemand zum Retten. Zwei. Niemand. Ich muss mich heilen. Nein. Falsch. Hör doch auf. Okay. Ich sollte vielleicht noch erstmal so machen. Zwei. 2, 3, 4 aber die, die ich retten wollte oder so, die zwei sind tot da oben ist auch noch eine wie gesagt, ich könnte vielleicht über den Berg darüber 2, 4, 6 die sollten ja zu schaffen sein 2, 4, 6 2, 5 5 19 20 Okay. Ich hab was gesehen. Nein! Was? 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 Der Blut ist nicht nur! Du hast ihn nicht nur! Wer hat ihn? Der Blut! Los, in Deckung! In Deckung! Der Blut! 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 Und? Ich habe ihn gesehen, genau hier. Ich habe ihn gesehen, genau hier. Ich habe ihn gesehen, genau hier. Ja, ja. Okay, lass ihn mal abklingen. Es bewegt sich nichts. Schrotflinte. Da waren es nur noch fünf oder so. Wir schleichen uns mal hier an. Die haben bestimmt auch hier irgendwo fallen. Hier liegen Leichen. Oh, hallo. Es ist eine Leiche mehr da. Okay, da hängt einer. Wie gesagt, Leichen hier. Das ist doch etwas zu retten. Okay. Okay. Also kommt hier. Okay. 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 Sehr gut. Gut. Okay. 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 Da lebt noch eine. Sehr schön. Ich glaube, den Inventar voll. Sehr schön. Weiter geht's. Ach, nicht mit der Waffe. Okay. Ja, warte. Pssst. Ach, Menno. Ach, Menno. Ach, Menno. Sehr schön. Warte, halt durch. Ich komme. Hey, hey, hier draußen ist es nicht sicher. Ich weiß, wo ein Can bist. Äh, Copeland oder Hot Springs. Bei Hot Springs kriegen wir 200, bei Copeland kriegen wir 100 Copeland. Es ist am Peaceful Lake. Mark Copeland führt es. Du musst da lang. Danke. Vielen Dank. Ich dachte, ich würde mich sterben. Ich heiße Deacon. Deacon. Halt den Kopf unten und hör auf. Okay. Okay. Oh, Lappen. Soll ich mal die ganzen Leichen noch loten, oder? Was kann ich mal mit dem? Was kann ichации? Wir gucken. Alles 거예요? Não, alles. Alles obra. Worldwide Tee6? Weiter geht's. Auf zum Motorrad. Da ist es. Und dann mal los. Und weiter geht die Fahrt. Nein, nein. Okay. 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 Hier haben wir doch alles ausgeräuchert. Wieso sind wir dann hier? Da ist der Punkt. Ja, ihr Lieben, aber ich werde den Part jetzt beenden. Im nächsten Part gucken wir mal, was wir hier sollen. Ich weiß gar nicht mehr, was haben wir denn? Was haben wir denn hier? Auf der Suche nach etwas. Verfolger eines schwarzen Nero-Helikopter. Ah. Ja. Das machen wir im nächsten Part. Ja. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentartipps und Tricks immer, wie ich mich sehr darüber freue. Und im nächsten Part geht's weiter. Schon lustig. Er dreht immer den Kopf durch die Kamera. Ja. Also bis zum nächsten Mal. Adios. Untertitelung des ZDF, 2020